Moin der Habibi, was geht? Merkel, meine Schwester, nicht viel. Bei dir? Auch nicht viel. Bisschen langweilig, Brudi. Hm, fühl ich. Lass was machen, Schwester. Ja, auf, bin dabei. Tamam, ich hol dich ab, bin gleich da. So, und was machen wir jetzt? Wir gehen entspannt eine Runde angeln, Schwester. Angeln? Okay, nice. Habe ich noch nie gemacht, außer natürlich Jahr für Jahr die Stimmen der Wähler. Du bist ja ein Witzbold. Okay, wir sind da. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen im Angelcamp. Schnappt euch ein Boot und dann ab die Fahrt. Knossi, du kleiner Hodenkobold. Was machst du denn hier, Bruder? Merkel, Habibi, du weißt doch, dass ich das Angelcamp mache. Ich habe dich ja eingeladen, aber du bist nicht gekommen. Oh ja, stimmt. Naja, egal. Monte, komm, wir gehen schnell angeln. Eine Ewigkeit später. Und Angela, wie läuft's? Hast du schon ein paar Fische gefangen? Nee, noch gar keinen. Diese Angelsache hier geht mir auf den Piss. Meine Hose ist nass und Fische fange ich auch keine. Wie bist du auf die dumme Idee gekommen, angeln zu gehen? Also, ich hab schon drei Fische gefangen. Wallah, gleich gibt's einen auf den Deckel, Monte. Wart ab, den nächsten Trip plane ich. Ha!